Ich habe jetzt einen Ort gefunden, wo ich mein Leidenschaft oder Hobby weitermachen kann. Wenn ich ein Motorrad sehe, wo ich ein Teil oder eine Umgebung entwickelt habe, dann erinnert mich an die Schwierigkeiten, die es im Projekt damals gab. Und dann sieht man das Produkt auf der Straße. Das ist so ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Das ist so ein schönes Gefühl für die Sch affirmation. Das ist so ein dickens. Das ist so ein sehr schönes Gefühl für die Schreck. Drei mal, das ist uns auch ganz ein krise. Untertitelung des ZDF, 2020